sehr gut hallo meine lieben meine kunden sagen gerade dass sie meine videos seit wie viel welcher zeit verfolgt ihr sich schon sehr gut sehr gut und habt ein paar informationen dann bekommen und also ich muss sagen durch diesen videos habe ich so viel gelernt und ich wollte ja schon immer auswandern aber durch dieses durch dieses lernen von mir diese ganzen videos aber das ist genau das eingetroffen was ich mir gewünscht habe ich habe das bekommen was ich wollte und alles ich muss sagen ist einmalig und die lebensqualität hier nicht zu vergleichen man hat ja auch schon essen also es ist gerade wegen dieser corona sache ist in ein paar restaurants geschlossen ist halt ein wenig härter auch wir konnten überall essen wo wir wollten sehr gut die orchidee steht im weg das war ich sag mal wenn am strand gehst richtet ihr essen auf der liege am tisch aber wir konnten überall essen sogar im amtlai kannst du essen und die bieten die klein sehr gut das ist zwar nicht aber die kommen nach hinten und ihr wart schon vorher in der türkei zum urlaub machen und ihr habt gesehen dass halt hier lebenswert ist es lebenswert es ist einfach nur schön ja mein lieben so ist es auch was soll ich zu sagen freuen die anderen waren auch zufrieden die keiner will mehr weg keiner will mehr weg und warum weil hier macht man ja urlaub es ist schön was ist negativ sagt bitte auch negatives also negativ sagt ruhig tut mir leid ich kann mir nichts negatives sagen nein allein für die freundlichkeit durch den leuten und alles es gibt nichts negativ habt ihr es geschafft zum wochenmarkt auch mal und die wohnung gefällt euch ja die ist wirklich ein traum und sowas gibt es in germany vielleicht auch aber für die ja ja geil wirklich geil und du bleibst mit blick überall hin du hast blick zu mir du hast blick zu mir aber du möchtest ja das ist das luxusklasse ja das bin ich schön dass sie das so gemacht hat und das sind auch kunden die halt zugelangt haben ja und nicht erst warten warten oder was auch immer weil wenn ewig war das wird es halt nichts wenn ewig war das ganze wachst du den schritt nicht und wir bringen nichts und wenn er das macht er kriegst du nichts mehr so ist es wäre ich fünf minuten später gekommen wäre die wohnung weg gewesen fünf minuten stimmt ihr habt ihr selber gesehen also die sind auch sehr liebe und die wollen jetzt wahrscheinlich eine villa kaufen und sind sehr liebe leute übrigens gelb ihr auch ich mag euch sehr ihr seid ihr habt ein herz ihr habt ein herz ja und das ist wichtig hier wir brauchen liebe leute angenehme leute wo wir wo sie wenn sie fragen haben bin ich gerne immer da ist meine kunden ich sag's immer mein video und war die schon im kleopatra stand ja eine quad tour gemacht erzählt mal wir haben die quad tour in den bergen gemacht ohne führung nur selber aber war traumhaft es war einfach nur traurig ohne führung ohne führung ganz alleine hat praktisch die dörfer auch alles die ganzen dörfer schön waren die leute freundlich zu euch manche wissen wie es jetzt manche sagen der diktator bla 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 du wirst schon das übliche hier ist leben hier ist einfach noch leben in deutschland habe ich dieses leben nicht mehr ich kann nicht raus gehen ich kann da nicht sitzen ich kann da nicht sitzen hier ist leben und das ist was mir fehlt da auch wenn es heute ein bisschen war die eigentlich schon im meer nie ne mit den füßen ja es dauert noch ein bisschen ja es ist noch kalt wasser ist angenehm ja doch wasser ist angenehm gut gut ich wäre auch gestern reingegangen hatte keine schwimmhose bei kommt hier nicht gut ohne sehr gut sehr gut und welches restaurant empfiehlt ihr habt ihr schon ein spezielles restaurant also ich kann sagen wir waren hier schon ich sag mal so circa zehn restaurants wenn ich noch mehr ich kann sie nur alle empfehlen gut gut ist überall lecker ich kann nicht sagen die sind gutes schlechtes ich habe noch kein schlechtes gehabt wo wir gegessen haben aber die wohnung wirklich top freut mich auch dass du dazu gelangt hast top wohnung wirklich wirklich also sauber gepflegt ordentlich also wirklich bezug war ja stopp wenn du etwas kaufst also die bringen schließen an du darfst keinen handschlag machen bis dass die fertig sind also das so ist es sonst nicht 10 liter trinkgeld oder 20 liter trinkgeld sollte man mal geben das sind alles normale arbeiter und das machen ihre arbeit gut 50 lieber geben bei dieser arbeit aber ja die sind echt fleißig ne und ihr glaubt es nicht sofa set oder geräte nicht sechs monate warten wie in german oder drei monate warten wann habt ihr eure sachen bekommen die meisten sagen wir hätten die schon ich glaube drei tage später kriegen können wir hatten aber das ist service das ist service hat es extra was gekostet alles drin also ich freue mich auf jeden fall dass man euch hier mit in unserer gruppe hier haben ihr habt ja wo das kaffee noch offen war haufen leute kennengelernt und die mögen euch auch sehr und ihr habt ja auch freunde schon hier gefunden sowieso ja die reden auch alle nur gut über euch und ich freue mich und ihr seid meine kunden und deswegen bitte meldet euch immer wenn irgendwas ist aber ihr macht ja alles selber das ist ja der hammer wirklich ihr macht alles selber habt ihr mich jemals jetzt jetzt der durchlauf älster das wird noch gemacht und das ist das einste alles andere ist einfach nur top ja vielen dank dass ihr das jetzt gesagt habt die leute viele leute wollen hierher und jetzt wissen sie dass alan ja wunderschön ist ich kann nur empfehlen ganz ehrlich kommt ich kann es nur empfehlen aber ihr wisst ja zum mieten oder so gibt es leider wenig ganz ganz und das ist ja top ding was ihr da habt wirklich ich freue mich sehr dass ihr es bekommen habt ja so jetzt will ich euch nicht mehr zulabern liebe grüße von uns an euch ja liebe grüße zurück und wenn sie dann mal wenn ihr dann mal ins café kommt die beiden werden euch sagen wo man was kaufen kann oder die anderen tipps gegeben dafür sind wir da und haben sofort weiter wo wir helfen können ja super vielen dank also bei bei und ihr werdet ihr hier im café dann mal kennenlernen wenn ihr zeit habt bis zum nächsten mal abonnet 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 amon abonnet Untertitelung des ZDF für funk, 2017